Guten Morgen, guten Mittag. Mein Name ist Patrick. Ich moderiere heute LOL an. Wir spielen Aram. Ich spiele Set. Ich zeige euch meine fertigen Skills. Ich dachte, du spielst Delanoi. Ich möchte, die Gegner haben wieder so ein Aids-Team. Es kann nicht sein. Oh ja, ich sehe es auch. Aber okay, bei uns geht es jetzt eigentlich auch. Ja, das ist was ich eigentlich sagen wollte. Geht es nicht. Eigentlich wollte Dario sagen, wir spielen wieder zu viert. Dario spielt Elali. Partys spielt Set. Domo spielt Jawa. Ich spiele 12-Card-Trash-Sagen. Aber ich habe natürlich Talon. Und... Unser Gegner-Team. Ich habe keinen Bock. Die haben mich überredet. Nein. Warum leg ich mich nicht einfach ins Bett? Ich bin heimlicher Set-Main. Hoffen wir mal. Ich bin immer gebannt, aber Set-Main. Sky-Z ist mein... das Game-Set, aber... Die Begründung von Riot... Ja, ähm... Wir wollen ein Auge aufs Set haben. Wie denn? Jedes Game gebannt. Weil das OP ist. Aber ich würde... Aber hier kann ich mir nichts Set-Main üben. Das stimmt. Habe ich mir bei Gangplank auch gedacht. Das war's dann. Das kriegst du einfach nur aufs Maul ohne Ende. Äh. Jetzt ein Max mit... äh... mit Gangplank, hey. Und dann eine Feuersalbe. Ist Max überhaupt da? Ja, ja. Ich überleg grad, ob's nen Weg gibt, wie ich euch nicht enttäusch, aber... Guckt wann! Meine Reichweite, Achtung! Übelst Hammer zum Poken, oder? Habt ihr das gesehen? Betalung geht sogar noch. Du hast die Reichweite, Mal. Du guck dir meine an. Wenn ich Pok fliege, ich hinterher. Machst du, glaub ich, einen Schaden, wenn du die Standarte hinsetzt. Das ist all der Match. Knüppel den Ding, knüppel den Ding, knüppel den Ding. Jawoll, der verteilt Tentakel. Und der First Blood ist für die Gegner gefallen. Juhu. Darüber rennt rein. Meine E-Mos ready sein. Wenn ich einen gezogen krieg, müsst ihr sofort das Ding töten, ne? Na, fuck. Würde sofort was töten? Die Sehle, wenn ich die rausziehe. Hey, was ist, wenn ich Kragas, den kann ich gar nicht ziehen. Hä? Kannst du noch rollen. Kragas, Timo, der hat keine Sehle. Loll. Dach, play. Gut, mach, ne? Timo. Geblindet. Lass mich mal ein bisschen an den Minis hochhellen, bitte. Das ging jetzt aber schon mal besser voran, als eigentlich geplant. Also... Ich spiele auch mein Main. Bist du die lauge, Main? Jetzt werden, jetzt werden... Alter, ich zerstöre die Diamant-Spieler damit, ne Max? Ja, der Max ist auch da. Sag doch mal hallo, Max. Jetzt war wieder klar. Max ist gerade High-Focus. 10... 15... Okay, warte, er hat 17. Sie werden nicht überleben. Und der schädelt uns, während wir auf die Geisterknoppen. Oder auf die Seelen. Das ist übelst geil, weil die verteilten überall Tentakel auf der ganzen Map. Guck, da ist jetzt wieder einer. Nein. Ach, was? Dann ist der schneller als mein Schatten. Äh! Oh, ii! Arschlo. Guck mal, krass. Wie der Ding, den er aufs Maul gekriegt hat. Ach, du das. Oh, Timo. Ja, der Schild ist nur richtig entdeckt, wenn ich in den Halle gekriegt habe. Dann seh ich den Pisser hin. Ui, lol, das ist doch stark. Wenn er jetzt davon stirbt, wäre das richtig gut. Der könnte sterben, da spawnt vielleicht noch mal einer. Oder am Tower. Au. Näh, der läuft zu weit weg. Der stirbt nicht. Ey, die spawnen doch überall, oder nicht? Ne, nur an der Wand. Ja, das war jetzt schon, aber kann sie ihn einfach in die Mitte stellen. Und das coole ist, wenn Duplaw dem Buff drauf ist, dann sieht man, welche Duplaw ist. Das ist immer geil. Ich hab gedacht, ihr macht den. Ich mach den auch halt. Kennen ist er übrigens AD. Ja? Ja. Soll. Gut zu wissen. AD Carry. Timo ist auch kein APler. Ich bin alle AD. Doch, der geht auf Frostern, Mann, der Timo. Der geht aber AP. Stimmt. Mo, der ist dann ja auch im Faust. Ist das? Ah! Ist er hackt. Was? Hä? Timon ist an dem Tower gestorben? WTF? Der war wahrscheinlich von deiner Dingen, oder? Nee, der war hinter uns. Hä? Der ist an unserem Tower executed. Der hat sich exekuten lassen. Der war unsichtbar und ist gestorben. Warum hat er sich exekuten lassen? Hei, tut einkaufen. Die Padder auch hilft. Oder Manuel? Machst du wenigstens den Tower. Da war der im Tower! Nein, der hat noch vier Leben! Ja, Jungs, ich mein... Man hätte die Tower kaputt können. Ha, ha, ha! So lange der Tower schadet. Vielleicht hab ich auch aufgehört. Also, so wie es das hier geht, der Timon wäre tanky. Ja, hab ich so gesagt. Da hab ich erstmal Ninja-Trabbies, Alter. Was soll das denn? Ey, da wohnt sich Frost haben, der Hund. Warum wohnt sich der Ninja-Trabbies? Weiß ich nicht. Deswegen kann der mich machen, weil wir ja Full-AD haben. Und rein. Die Tower ist weg. Wir haben es nicht. Ich hab's doch gar nicht gemerkt. Die Mord bestimmt da drin. Ne. Das war jetzt aber auch Millimeter-Arbeit wieder. Das war jetzt so schnell! Gar jener, mein Schiff, schützt dich! Ein bisschen früher bauen, bitte. Auf Messer schneiden. Noch mal ein bisschen Minisettel, bitte. Aber nicht wegen unserer Minisettel. Und dann. Die muss hier im Busch. Ne, da drin. Hä? Dann ist irgendjemand im Busch von denen. Ne, da drin. Ne, ist leider da. Timo Pils, der war drin. Ja, ja. Hab ich gerorgen. Kann er mit einer mal jemand töten? Oh, lol. Fuck. Oh, easy. Bei den einen. Ich hab außerdem Ulti auf deinen Klon gemacht. Aber... Ich hab die trotzdem damit getötet. Auf welchen Klon? Hä, auf welchen Klon? Ja, du hast ihn doch den einen gezogen. Auf den hab ich wohl... Ach so, auf die Seele oder was? Ja. Du Vollidiot. Habe ich töten lassen wollen. Dreck. Jetzt kloppt der kaputt. Jena, wird geblendet. Rauben, Alter. Jena, reingehen. Drei. Zwei. Mehr. va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va liedern aber ah malgress erste Der wird so ungebracht. Der wird so ungebracht. Und er blendet mich, er blendet mich, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Egal, war ja alles ein Ablegungsmanöver, ja klar. Schon haben wir ein Ding, ein Tower, war ja alles geplant. Ist das mal fair? Was? Ah, der gibt ihm keinen Panda, gell? Der ist tot. Der hat nämlich nur Luck, der kann nämlich nichts. Der ist tot. Oh. Ja, ich weiß nicht. Der kann auch noch eine Falle von dem reinlaufen. Ich seh. Der kann sich von Timo auch Pilze borgen. Das geht, Dario, das geht. Naja, weil es ein Yogi ist. Naja, wenn er Fußpilz hat. Dann läuft aber nur er rein. Ahhhhhhhhhh. Ich lasse es, ich lasse es. Warum machst du denn ein Ulti? Du hast doch gewusst, dass die zu viel sind. Nein. Ich hab noch geträumt, okay. Ja. 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 Das sind grüne und blaue Menschen. Ja. 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 Den Traum hab ich auch schon. Ja. Kein Damage mit Autotech. Fuck. Jetzt weißt du warum es manche Leute überlebt nur aufregen. Manche ist gut. Das ist passive. Scheiß alles würde ich sagen. Alles. Alles. Ich finde es ja so geil, dass die für 0,25 Sekunden um 99% gesloten werden. Wohlgemerkt, der Kehlenschnitt. Lass mich ein bisschen nach vorne stehen. Der verstummt jetzt nicht mehr mehr. Der Kehlenschnitt. Der geht jetzt eher so in die Achilleste. Richtig. Oh Leute, die haben ja alle Schnurwärter. Hm. Der Kehlenschnitt wird in Fluss gesetzt. So, hier müssen wir feiern. Nö, hörst du auf. War ich tot. Hä? Ich hab grad gar nicht gesehen was ich gemacht hab. Panthians dann ist raus. Was hab ich gemacht? Ich hab geulidert aber ich hab irgendwie nix mehr gesehen. Ich war grad verwirrt. Von mir selbst. Irgendwie. Guck mal der Dobster, der Pilz. Oh, won't you go with me. Der Teemo Pilz. Juckt sie noch nie. Jetzt Alex Trowse kommt und bin schuldig. Was, wenn jetzt was kommt? I'm an Alex Trowse. Was? Nix. Also, ich würde irgendwer kurz was machen könnte. Ich würde einfach reingehen und meine Kombo rauskloppen. Ich nehm mal kurz ein paar Heels. Ach dat. Der Ding ist ein bisschen weit vorne, der Raum. Der hat echt nix, der Teemo geht halt echt nix mit. Tanki. Jawoll. Hat er sich grad selbst geschlagen beim Dingsen oder was? Oah. Der Maul. Der Maul. Guter alter Raggi, alter. Guter alter Raggi. Der Baum. Das schlägt die. Guter alter Raggi, ne? Das ist ein Witz, das ist ein... Ne, ich hab nix gesehen. Nix hab ich gesehen, hier war nix, hier ist nie was passiert. Okay, ich spring nicht zurück, Lobloch. Ist da unten, ist die richtige. Knüppel, sie kaputt. Ah, shit. Mhm, mhm. Kann mal drüber reden. Problem ist, ich muss halt stationär kämpfen, ich kann halt irgendwie... Fütter dich! Kann ich nicht, kann ich nicht, äh, so, äh, follow-up machen. Man muss mich irgendwo hin-tippen und dann allein reingehen. Was? Warum? Ach, der ist ja ADC. Oh, der ist so blöd, Mann. Puh, was hat denn der für ne Reichweite? Oh, sorry, Pate. Was hat der für ne Reichweite? Pate, hey, wer hätt's eh nicht mehr so'n Heal geschafft, wahrscheinlich. Ich muss raus. Okay. Der AP-Braum. guter denn 12 ja klar wenn es okay mann fütterst du den jetzt mal bitte ja ich bin ja unterwegs der rente von die gegner rein und eine blöde sau alter so eine blöde sau Oh mein Gott, die Kuh nicht durchgekommen. Da oben ist der Braum. Hat er eine Ratte kaufen? Ja, von dir eine Ratte kaufen. Aber der Braum, der ist Tanki, der macht es. Oder auch nicht. Das ist einfach eine blöde Sau. Ich habe meine Kuh nicht mehr durchbekommen, sonst hätte ich das gemacht. Ich werde versuchen einfach, dass ich einen Pull und ihm es dann drauf habe. Zehn Sekunden, dann mache ich Ult. Vielleicht kann ich da was rausholen. Ja. Einer ist mal down. Oh nein. Gut, hat keiner Traktar gewastet. Traktar. Umlauf doch an der Fight, du wirst doch, dass da Pilze sind. Lass mir halt nicht die Minions. Ich glaube, wir werden später nicht rein, wenn wir weg können. Ja, aber besser gegen Kampfdamage wie... Weil ich meine, mit wenig Leben kannst du sowieso nichts machen, was soll ich meine? Das bringt dem halt aber auch gar nichts eigentlich. Doch, ich kann einkaufen. Und das Problem ist, wir sind wieder so low, weil die so hart poken schon wieder. Ja, frag mal Karma. Wir brauchen halt vielleicht ein bisschen Resistenz. Was? Man hat mal Glück. Guck, Manuel, sag mir deine Resistenz item. Moment, du hast keine. Ja, ich meine auch nicht mich, ich meine halt so... Du hast gesagt wir. Ja, du hast gesagt wir, ja? Ja, ist gut. Ein guter Engage. Jetzt noch Braumut. Okay. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich noch eine bessere Chance bekommen hätte. Du hast zu Glück. Jetzt kannst du nicht... ich hab... was? War ich irgendwie... haben die irgendeinen Mute? Oder wurde ich gerade gestunnt von Pantheon? Nee, du hast gestunnt. Okay, ich dachte schon, man... Ich dachte schon, man... Was? Haben die irgendeinen Mute? Oder wurde ich gerade gestunnt von Pantheon? Ich dachte schon, man... Das regt mich so auf, man. Das ist scheiße gegen so ein Team schon wieder. Weil die eine Kammer haben. Ja, nicht nur... wir haben keine Reichweite. Guck unsere Champs an. Wir haben gar keinen Fernkämpfer. Wir haben keinen Fernkämpfer. Weißt du, wie viele die haben? Einen. Das ist doch ein Witz, man. Einen. Ja, ich meine... Wie gesagt... Ich sag ja, ne... Hier, Zufall. Hahaha. Seid glücklich hin und her. Aber man kann auch so Zufälle einbauen, dass die Teams gleichwertig sind. Das geht. Das können die von Riot nicht. Das weiß ich, dass die da zu unfähig sind. Aber das funktioniert. Tim... Ah, lol. Ist der nicht in die Reichlaufen? Hat das Ding down? Ist... Ist... Ist down. Und? Huah. Das falsche ist down. Alter, sooo viel, ne? Immer Full Life, Jungs. Ich hab mich eingestunt. Es geht doch. GG! Hey, Lowey, Carry! Wunder, wie ich sage, es ist in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.